Ah, natürlich ist das wertlos. Das gehört meiner Schwester. Kannst du das mal halten? Wow, warum ist das so teuer? Das sind mindestens 50.000. Yo, Michael, du hast deinen Notizblock fallen lassen. Hm, scheint mir ein fairer Preis zu sein. Fabio, ich hab dir das neue iPhone besorgt. 2.000? Ich wusste nicht, dass es so teuer ist. Nein, es hat eigentlich... Danke, Mom. Echt geile Uhr, die du da hast. Kann ich mal sehen? Klar, Fabio. Hier, aber pass auf, ja? Ach, du Scheiße. Hey, bleib stehen. Flo, du hast deine Brieftasche fallen lassen. Was machst du da? Finger weg. Hä, da ist ja kaum was drin. Wie kann die eine Million Euro wert sein? Was? Nein, so funktioniert das nicht.